Hier, wenn du hier bist, dann wechselst du dir hier. Da ist keine Druck, aber da hält uns alle. Sie haben auch die Abkürzung genommen. Come on, please! So, dann gucken wir mal, wie das ist. Dann würde ich es dann von der Seite runter und dann vorüber weiter. Wichtig ist nicht zu langsam auf die Weichen. Die haben hier immer so akkuliertes Stück dabei, die wir uns stehen. Come on, please! Die Apokalypse! Die Apokalypse! Die Apokalypse!